Reaktion des Autors von Harry Potter, Rowling, auf Putins Verteidigung Rowling, die Autorin der Harry Potter-Reihe, reagierte auf die Worte des russischen Präsidenten Putin. Sie haben Rowling kürzlich abgesetzt, nur weil sie ihren Fans in Bezug auf die Geschlechterrechte nicht gefallen hat. In seiner Rede, in der er die Stornierungskultur des russischen Präsidenten Vladimir Putin im Westen kritisierte, betonte Harry Potter-Autor J.K. Rowlings Antwort war, dass sie die Reaktionen auf Rowling als Beispiel zeigte. Putin, der britische Schriftsteller J.K. Sie erklärte auch, dass Rowling wegen ihrer Äußerungen zu Geschlechterrechten diskriminiert worden sei. Sie haben kürzlich Rowling, die Autorin von Kinderbüchern, deren Werke auf der ganzen Welt veröffentlicht wurden, abgesetzt, nur weil sie ihren Fans in Bezug auf die Geschlechterrechte nicht gefallen hat, sagte Putin in seiner Rede. Rowling teilte auf ihrem Social-Media-Account einen Artikel über die Inhaftierung des russischen Politikers Alexej Nawalny, der sich dem Kreml widersetzt, und sagte, den Westen dafür zu kritisieren, dass er versucht, seine Kultur auszulöschen, sollte nicht das Werk derer sein, die die beschuldigten Zivilisten ermorden für Widerstand, oder diejenigen, die diejenigen einsperren und vergiften, die sie kritisieren. Rowling erklärte auch, dass sie für die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation spenden werde, um Kindern in der Ukraine zu helfen.